Alltägliche Dinge, deren Zweck total logisch ist, die Sie aber auch für ganz andere Sachen verwenden können. Heute Backpulver. Hä? Hatten wir schon? Richtig. Aber Backpulver kann noch viel mehr als Kuchen groß machen und Haare entfetten. Mit Backpulver fängt man auch Ameisen. Einfach ausstreuen und warten. Genauso effektiv wie eine Ameisenfalle, dafür aber ungiftig. Backpulver hilft gegen Ameisen im Haus. Man kann aber auch Bomben damit bauen.